Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town. Heute mit Dalu, Maru, Juli, Kunran, Maxi, Nils, TauTau und Early. Hallo! Die Klassiker-Map hier, ey. Die Folgen werden minimal kürzer, damit ihr auch über die Feiertage noch Folgen habt. Genau, wir mussten ein bisschen... Early ist ein Feuer erst dabei. Early, Schnauze. Early, heute ist übrigens der 28. Das heißt, Weihnacht ist vorbei. Sing dein Silvesterlied, bitte. Kunran im Knast, ey. Kann man, 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 hier den Eter aufs Gefängnis lassen? Nein. Lass mich raus, es werden jetzt zum Abschluss freigegeben. Ey, da ist eine Granate reingeropft, ich lass mich raus, komm schnell. Die Granate war von mir. Ne, jetzt mal nochmal auf, ich wollte nicht raus, ihr habt keinen Bock gehabt zu sterben. Jemand hat gesoffen. Hier rechts, hier rechts. Hier ist Maxi. Da, Kunran, ey, Leute, alles rot, alles rot. Alles rot. Kunran und Mario, oder? Nein, nein, nein. Mal haben wir geholfen, falls er explodiert hat. Ja, Julien, let's go. Dankeschön. Partizani. Cool. Au, es ist da drin. Nur noch 5, es muss da drin. Der Kunran erschossen. MagFly ist es. MagFly ist Traitor. Ah! Ich wollte den Fully auch gar nicht lassen. Du hattest ja alle Leichen gefleddert und bist dann weitergegangen. Ja, weil die hat Kunran gekillt. Ich hab jetzt erst eine Waffe bekommen. Ich dachte nur so, was ist denn jetzt, da hat er grad einen Traitor gekillt. Ihr seid blöd. Wollt grad den Creeper feiern lassen. Du hast dann zwei Leichen gefladdert und bist dann weggegangen. Ist jetzt schon wieder ein Gefladdert? Das war nicht sehr cool. Fleddert, ey. Was ist denn noch nicht los? Du holst mich hier raus. Die kommen hier, komm raus. Einige Match haben sie ja anders verdienter. Wo gibt's hier die Shotguns? Doch, ich darf das wissen. Die Leute haben's hier auch ein Lex. Aha. Zum Glück ist hier nicht alles von der Wände. Das ist hier mit dem geilen Super-Creeper, der angefahren kommt. Nee. Nee, nee. Du musst da weiter wegschlagen. Anfangskranade. Nein, ich hab eine gefahren und auf einer Treppe. So. Aber was ist das? Oh, Scheiße. Ich hab jemanden getötet, obwohl ich Täter bin. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist tot. Hey, wer hat sich denn entsorgt? Ich wollt ihn wiederbeleben. Direkt entsorgt. Ja, dann ist es nicht. Early war das. Ich... Was ist mit... Und wo hast du den entsorgt? Warte mal. Er hat's dir in die Lava geworfen. Aber ich komm da nicht dran. Irgendwas stimmt bei meinem eh nicht. Drücke eh zum Durchsuchen. Ich drücke eh. Passiert nix. Da, Leute. Ja, doch. Versuch noch mal. Richtig. Du musst näher abholen den Ball raus. Richtig. Du musst näher abholen den Ball raus. Du warst nicht da genug. Richtig. Oh. Oh. Shit. Ich spring in die Lava. Was ist denn hier? Alter, hat der Täter erschossen? Ja, du hat grad den Täter erschossen. Und dann ist er in die Lava gesprungen. Hört ihr die Leichen? Oh Gott. Er ist jetzt in die Lava gefallen? Alle. Wir sind jetzt noch zu fünft. Und es leben noch zwei Traitor. Ganz genau. Okay. Ja, dann ist das Conran sicher. Einer ist wieder da? Der, der am laudesten schreit. Ach ne, Mann. Man schaut da nicht ran, Mann. Oder was? Hallo Blitzschule Nils. Tschüss. Conran. Tschüss. Tschüss. Hab ich gesagt. Entschuldigung, darfst du nicht reden. Ist das schonmal falsch? Klingt falsch, ja? Ja. Ich bliebe richtig. Und Maru also. Großartig. Ne, warte mal. Hä? Doch muss sogar sein. Darf sie jetzt endlich reden? Ist wir belebt? Ja, da ist sie. Was? Was? Hast du denn Schuli grad nen Fass genannt? Jetzt hat sie das Fass machen. Willst du das wieder beleben? Ne, kann ich nicht nochmal. Ich hab keine Quelle jetzt. Oh Gott. Toll. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Du hast verstanden, dass ich was gegen dich hab, gell? Gibt's doch nicht. Was war das? Drehst dich oben und klar ist direkt so, what? Hörli wurde mit Bumerang erschrocken. Ich hab mich einfach 180 Grad umgedreht. Ich hab den ersten, den ich gesehen hab. Hätte ich mal den Fade gekauft. Aber ich bin doch eh direkt in die Lava geschwungen dann da. Kann mich ja immer selbst umgedreht. Ich müsste bitte aus dem Gefängnis abgeholt werden. Ich habe... Deine Strafe. Gefängnisparadies abgeholt. Ich wollte eben die Leiche durchsuchen vom... Ist Leiche durchsuchen denn wirklich E? Ja. Ja. Alt und E für Secret und Normal E zum Normalen. Vielleicht war sie einfach zu weit weg, als sie in der Lava lag. Ne, ich hab das generell. Und ich hab ja die Falle deaktiviert, statt die Leiche durchsuchen. Vorsicht, Early, Disco hinter dir. Ja, aber dann geht dein EA. Verstehe. Ja, das hab ich vorhin aber auch gehabt, dass ich keine Leiche durchsuchen sollte. Kann ich mich mal beopfern, damit ich das testen kann. Ja, nur wenn man cool ist. Erli, geh doch mal zu Lava da vorne. Nein. Äh. Da Ma! Hey, da oben so ein Maxi. Was denn? Ein wildes Maxi. Hallo, ein good... Oh, Creeper! Oh! Geh doch mal auf die Bahn da Ma. Ey! Ach so, Early hat grad... Ach ja, Early. Okay, okay. Oh, mega lag. Ja, mega. Hier ist jemand tot! Dalu ist tot! Das war ich, ich hab nicht gerecht. Hast du das auch gesehen? Nee, das ist bei mir lag. Mit nem... Du weißt schon, dass hier ne Trainerfalle ist, wo du stehen geblieben bist. Nein, weiß ich nicht. Gut, dass du das sagst. Da kann der Boden reingrechnen. Shit, Mann. Ich sag mir so, what? Komm, hier, Early, hier ist Dalu. Guck mal, wen Dalu zuletzt gesehen hat. Kann ich hier nicht sehen. Äh, läuft da jemand des Geist rum? Ich kann seinen Namen nicht sehen, oder es ist ein Bug. Hinter dir lief grad jemand. Wo kann ich das denn sehen mit dem Platz gesehen? Ich passe auf Early auf. Kann das sein, dass man nicht über die Träume gucken kann? Ich bin's nicht. Ich hab auf Early aufgepasst. Das kann auch so sein. Ich bin inno. Nein, Dalu ist nicht. Was? Dalu ist tot. Hätte ich so was von abknallen können? Ich glaub, Tautor könnte sein. Warum? Ich hab nicht... Wie hab ich... Ich hab nicht checked, dass... Wenn du mal wieder was sagen wolltest. Dalu liegt da für lustig. Wer ist das Tautor? Hey, wer hat geschossen? Ja, war das jetzt? Der Detektiv geht auf der Suche. Geht der Sport auf die Front. Wir waren da oben. Franchise! Hä? Was denn? Da oben, Kundran, ich seh dich doch. Scheiße! Ja, siehste? Ja, wo seid ihr? What? Ich hab einen Traitor erwischt. Meinst du? Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich hab wirklich... Nein! Chat! Chat geöffnet. Uff! Sind wir die Besserheit? Ja, ich will's nicht... Hallo! Hi! Also ich hab da so'n Traitor geklottet. Kunran, 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 Kunran. Jaaa? So'n Scheiß nicht zu sein. Ok, wenn's Kunran nicht ist, Nils nicht ist, dann ist es ja Max. Was? Das ist absoluter Bullshit. Kunran hätte mich erschießen können. Und Nils hat jemand ne... Und jetzt ist einer der Tod vom Baby. Ja. Und es war nicht Nils, und es war... Also es wurde von oben geschossen. ...nicht Max. Also wenn's Max... Ey, hinter mir! Losartig! Nice! Schau mal, was hast du heute genommen, Maxi? Das ist dein Tag, Grams, wa? Ja. Nur weil ich gesagt hab, ich geh heut früher. Ich hab nur gesehen, dass Grams geschossen hat. Ich muss auch gar nicht mehr kommen. Uff! Das bin ich auch verpissen. Und grad auf Maxi schießen hab ich ein Standbild. Ey, lasst uns alle Maxi töten. Lasst uns von Montag... Nein, es ist schon vorbei. Jetzt kommt Silvester. Wir sind am 28. Also jetzt hier kommt der guten Rutsch. Unsere Folge kommt jetzt übrigens nicht am 30. die nächste, sondern am 31. um 0 Uhr. Die nehmen wir auch da auf. Ja, genau. Wie letztes Jahr... Wie letztes Jahr spielen wir wieder genau um 0 Uhr. YouTube hat nämlich ein Feature für 2017, das man auch live direkt hochladen kann als VOD. Das ist mega gut. Und äh... Ja toll, renn weg und dann geht's gut. Danke. Renn weg. Oh nein, dann dürfen wir keine Kacke mehr labern. Maxi, du hast bei mir voll keinen Skill. Äh, Maxi, nein! Ja? Ne, das war's. Hallo. Hallo. So, das ist was Neues, das kenn ich noch nicht. Ne, irgendjemand war hinter mir. Ich hab die Disco in der... Die... Die Disco in der Platte. Disco, Disco. Wieso hat denn Daniel eigentlich gerade McFly gestanden? Ja, weil er gerade in die Lava gefallen ist und ich direkt vor ihm stand. Und er hat den Boden weggemacht. Und er hat den Boden weggemacht. Siehst du, ich dachte den Boden kann man da wegmachen. Wir können das dann nicht einfach durchgehen lassen jetzt. Wo kann man den Boden wegmachen? Ach. Ich hatte aber den... Irgendjemand stand hinter mir. Und das hab ich gesehen und äh... Muss es gewesen sein. Aber leider hab ich nicht gesehen, wer das war. Nils, was hast du denn mit der Waffe? Oh, grünes Vieh. Blitz McFly early. Okay. Wir haben eine Mission. Early is down. War wegen des Blitzes. Musste ich's noch finischen. Okay. Zwei Indos erwischt. Oder? Ja. Nils ey. Gut wirklich. Warte mal. Wie viele Indos erwischt? Nils ist safe? Ey, ich bin doch safe. Tautor ist es. 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 Nils, das ist unglaublich. Was hat er für... Tautor ist es nicht, ey? Tautor kommt schon mal nicht wieder. Nee, um Grenzen müsste es irgendwo unten am links gewesen sein. Entschnapp mal uns. Nee, doch nicht. Nils, hintermier ist das nicht. Oh nein ich bin es. Stopp! Hey! Jetzt hab ich aufgrundrand. Es tut mir leid. Stopp! Das ist eigentlich. Das! Bei mir tagenkissen ist er. Ich muss mich verstecken. Ich heil mich jetzt nicht mehr. Bist du da unten? Auf. Er ist wieder da! 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 Der neue Film mit Grants! Einfach nur! Schale! Okay! You made it! Was ein Quatsch auf der Mamm passiert ist, Alter! Das war auch nicht meine Runde! Leute, ich hoffe trotzdem ein bisschen Spaß hatte! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Haut rein! Tschüss!